Jujube oder chinesische Datteln Jujube ist eine Pflanzenart aus der Familie der Kreuzdorngewächse und hat nichts mit der Dattelpalme gemeinsam. Ihr Name kommt daher, dass ihre Früchte ähnlich wie Datteln schmecken. Sie wächst in vielen Teilen der Welt und ist anspruchslos gegenüber fast allem außer viel Sonnenlicht. Sie ist kalorienarm und sehr reich an Mineralien und Vitaminen. Sie ist reich an Calcium, Magnesium, Eisen, Kalium und Phosphor. Sie enthält hohe Dosen der Vitamine C, E und B. Die Jujube-Frucht wird als schmerzlinderndes Mittel bei Heiserkeit und Halsschmerzen empfohlen. Sie wird als schleimlösendes Mittel bei Husten und Bronchitis eingesetzt. Ihre schleimhautverengende Eigenschaft macht sie zu einem wirksamen Mittel gegen Durchfall. Die antimikrobielle, entzündungshemmende und wurmabtötende Wirkung der Jujube ist erwiesen, aber sie ist auch als Beruhigungsmittel bekannt und wirksam auch bei Diabetes. Sie stimuliert und reguliert das Immunsystem. Die Frucht der Jujube wird schon seit langem konsumiert und bisher sind keine toxischen Wirkungen bekannt. Sie kann auf vielfältige Weise verzerrt werden, frisch oder getrocknet, in Saft, Wein, Tee oder Essig. DXN vertreibt sie in getrockneter Form. Untertitelung des ZDF, 2020